Möhren und dann habe ich mir Frischkäse-Dip gemacht, ein bisschen. Nice, Möhren. Ich liebe... Also... Hört mich jetzt nicht. Was wolltest du sagen? Wow! Guck dir meine neue Karre an! Das ist ja der Shit! Das ist ja mega cool aus. Und damit herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Ja, wenn ihr das Video seht, dann ist schon eine Weile das Update ins Land gelaufen. Wahrscheinlich. Aber, gut. Besser später als nie, ne? Ja, also da sind wir zumindest in Phasmophobia. Wir sind im... Was hast du noch ausgesprochen? Tanglewood. Mh... Tanglewood ist gleich. Tanglewood ist gleich. Hörst du mich hier? Hallo? Ja. Ja, da höre ich dich. Und hier? Ja, jetzt höre ich dich. Ja, nice. Siehst du? Er ist ein Bug gefixt. So. Ne, gefällt mir mega gut. Ja, auch so ordentlich aufgeräumt. Aber was mir nicht so zusagt, ist, äh, die Kerze, das Feuerzeug und die Pillen, wenn wir fahren werden, ähm, wird das bestimmt aus dem Regal fallen. Und das ist so ein kleines Manko, das müssen wir besser verstauen. Bauchtasche gibt's noch nicht, ne? Habe ich nicht geguckt. Meinst du, es gibt jetzt meine Bauchtasche? Ich jammer lange genug rum. Das wäre lustig. Das wäre sowas von... Ein Rucksack oder so. Das wäre mega geil. Dann kannst du drei Sachen mitnehmen. Also vier mit Taschenlampe. So, was sind denn überhaupt unsere Quest? Der Bildschirm ist auch viel deutlicher, ne? Die Beleuchtung ist schöner. Foto vom Geist und, äh, reinigen mit Reuerstäbchen. Der Geist heißt Brandon Shelling. Ja. Äh. Kann man viel besser lesen jetzt. Äh, nur Personen zu haben wollen, die alleine sind. Hör mal, wenn du hier langläufst. Ja, hab ich schon gehört. Megageil. Warum höre ich mich doppelt? Weil ich dich ein bisschen lauter hab, weil wenn du weiter weg bist, bist du in der Aufnahme immer gar nicht zu hören, obwohl ich dich voll gut höre. Ja, ja, ja. Ähm. Was schmatzt denn du jetzt hier so rum? Ich schmatze nicht. Ich möchte auch Karotte. Ich liebe Karotten. Mein Leibgericht. Ach, das ist jetzt alles mit Touch hier, ey. Megacool. Ich hätte übrigens auch gern Karotten gehabt. Ich esse total gerne Karotten. Du hast doch gesehen, dass ich in der Küche stand. Ja, aber Karotten sind mein Leibgericht. Hast du was gesagt eben? Nein, absolut nicht. Komm, wir gehen rein. Nee, weil das hat sich angehört, als wenn dein Typ da was gesagt hat. Nicht, dass ich wüsste. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Guck mich mal an. Rede mal. Hallo. Oh, nö, dein Mund bewegt sich trotzdem nicht. Schade. Juhu. Wie hieß der Geist? Brenton? Brenton, gib mir ein Zeichen. Nee, Strom war im Keller, ne? Nee, Strom war in der Garage. Brenton, wo bist du? Also, nee. Ich hatte aber eben nur einen Grad. Gib mir ein Zeichen. Brenton, gib mir ein Zeichen. Schon wieder umgestellt, wie die ganzen Sachen. Brenton? Echt, ich hab jetzt gar nicht mehr drauf geachtet, weil ich so im Fokus bin. Brenton? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Skill. Absoluter Skill. Brandon. Kann ja nicht sein. Gib mir ein Zeichen. Brenton, wo bist du? Irgendwo ging hier eine Tür. War jetzt aber nicht meine, die du gehört hast. Wo war denn die Tür jetzt hier? Da. Im Badezimmer ist ja auch auf. Oder warst du hier eben? Nein, nein, da war ich nicht. Brenton? Gib mir ein Zeichen. Hier auf jeden Fall nicht. Brenton? Bist du auf Toilette? Sieben Grad. Brenton, bist du auf Toilette? Zehn Grad. Hä? Du spülst. Nein, ich war das nicht. Sieben Grad. Hä? Elf Grad. Neun. Hä? Zwölf. Zwölf sieben. Elf acht. Wo, wo platzieren wir denn am besten die Kamera hier, dass wir hier ein bisschen was sehen? Fünf. Vier. Ja. Sechs. Ja. Hier vielleicht? Ha. Skill. Okay. Noch. Nächster Versuch. So, ich hole mal eben Dots Projektor. Fingertrücker waren jetzt hier nicht. Wie, hast du aufgemacht? Ja. War die Beleuchtung vorher auch schon am Auto? Hab ich nie drauf geachtet. So, das können wir schon mal gut sehen. IMF haben wir noch nicht. Äh, Dots. Minustemperatur im Flur. Im Flur? Also wandert er oder was? Ne, jetzt ist er im Zimmer. Minustemperatur hier im Zimmer. Licht hat geflackert. Okay, bist schon wieder da. Brandon? Hieß der wirklich Brandon? Brandon. Warte. Brandon Schelin. Oder so. Brandon Schelin. Ich hab hier gar nichts. Minustemperatur haben wir jetzt. Ich häng fest. Ja, unser Licht ist ab vom Auto. Mach das mal aus, das Licht. Ohne Flax, ne? Das ist neu, oder? Ja, mach mal aus. Ich weiß nicht wie. Nicht, dass wir nachher nicht wegkommen, weil Batterie leer ist. Kann man da so wieder ranhängen? Ja, wenn das Licht an ist, können wir über den Dots-Projektor nicht viel sehen. Schranktür hat sich bewegt. Fingerabdrücke hast du nicht gesehen, ne? Ne, ich gucke jetzt gleich nochmal. Was habe ich denn jetzt noch nicht? IMF ist drin, ja? Kann man nicht wieder ranhängen. Äh, vielleicht mal ein Kreuz reinlegen. Ich mein, so groß ist der Raum ja nicht. Jetzt stirbt sie. Life of Cam. Guck nochmal hinter dir. Du hast Gefrier-Atem? Ich kann noch was mitnehmen. Ne, kann ich nicht. Hm, Brandon macht mir irgendwie gar keine Angst. Im F2. Ach, sie hat schon eine Box hier. Brandon? Brandon? Okay. Bleibt bei IMF2. Mega laut! Haben wir noch mehr? IMF2. Ist der am Roten? Ne, wieder nur zwei. Mysteriös, mysteriös. Also, wir haben immer noch IMF2. Okay. Wir haben gar keine Geisterbox mehr. Hä, die habe ich reingebracht schon. Ja, ich habe auch eine reingelegt. Ach so, das Buch wollte ich ja mitnehmen. Hier hänge ich in dem wieder auf. Das geht nicht, glaube ich. Ne, geht auch nicht. Geht auch nicht. Ne, keine Antwort, ey. Telefon. Ja, hallo? Hast du das Buch jetzt nicht? Ja. Brandon, schreib ins Buch. Ich habe das mal zum Telefon gepackt, weil das eben vibriert hat. Oh Gott. Haben wir eigentlich noch ein... Ne. Doch. Ich schusse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nipp. Jupp. Kann man hier irgendwas sehen? Nipp. Hi. Ah, hast du mir erschreckt, ey. Echt jetzt? So, wollen wir doch mal sehen. Oh, das hat geknatscht. Direkt hinter mir. Also jedes Mal geht da was an der Tür und keine Finger abbrüsten, glaube ich nicht. Darauf erst mal Konzentrationstee. Ist doch der IMF, das ist doch im Roten. Aber der ist dann wie langweilig der Geist, oder? IMF5. Okay. Habe ich doch richtig gesehen. Oh, ich bin so krass. Das durch ein Fenster. Äh, Gefriertemperatur, IMF. Irgendwas ist da drinne gerade passiert. Brenton? Wohin die Schneeflocke. Brenton, bist du in deinem Zimmer? Oder Schatten. Oder Deogen. Oder Wiedergänger. Oder Todesfäden. Ja. Hä, wurden die nicht nur umbenannt? Das waren doch vorher genauso viele. Keine Ahnung, wie sind die anders? Ich befürchte ja schon, dass es Geisterbox ist, ey. Shade. Ach so. Oh. Ne, das sind noch die alten Geister. Die haben jetzt nur deutschen Namen. Ah, okay. Der Schatten zum Beispiel ist doch der Shade. Mhm. Brenton? Bist du in deinem Zimmer? Brenton? Was könnte denn noch fehlen? Also es fehlt jetzt eigentlich, äh, 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 oh, Zwinge sind auch drinne. Grundsätzlich kann noch der Mimic wieder drinne sein. Ah, ne, wir haben keine Fingerabdrücke. Bestimmt Geisterbox. Dotz-Projektor. Ähm, der ist raus. Da wäre es die Geisterbox für die Zwillinge. Was kann man noch mitnehmen? Tja, eigentlich ist alles... Ja. Roni. Hä, was habe ich denn jetzt? Skill. Äh, Gin und Schatten. Ach mein Gott. Wo ist denn der Shade? Hier. Da wäre es das Buch. Und beim Gin ist es... Fingerabdrücke, die sind raus. Dotz war generell raus, ne? Ich kann kein Foto machen. Jetzt ist sie da wieder drinne. Da müssen wir da auch rein. Das schafft die nicht alleine. Derrick? Derrick? Brandon? Haben wir noch ein Buch hier drinne? Nein, wir haben nur eins. Hä, wir haben zwei Bücher. Jetzt hier drinne ist nur eins, Mann. Im Auto ist auch eins. Alter, die Bücher haben so viel gemeinsam. Wir sollten sie näher bringen. Zusammenbringen. Das hat echt funktioniert. Ja, ich habe ihn gerade umgedreht. Und ich habe noch dieses komische Ding hier. Mein Buch ist ins Bett gefallen. Ja, es ist... Hey, du kannst zaubern, Alter. Mein Buch ist ins Bett gefallen. Ich kriege es auch nicht wieder. Schreib ins Buch, Brandon. Oho. Kann ich mich hinlegen, irgendwie? Ich kann es auch gar nicht sehen da drunter. Wo ist mein Buch? Wo ist mein Buch? Ich habe mein Tagebuch verloren. Wo ist mein Tagebuch? Ja, hilf mir mal, mein Tagebuch zu finden. Du bist boring. Du bist boring. Du hast kein Tagebuch. Vielleicht stört Ihnen das Licht. Hallo. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wow, ich habe es schon aufgenommen. Ups. Ja. Guck mal, da. Es fällt immer da rein. Siehst du das? Ist das bei dir auch? Sehr geil. Schreib ins Buch. Brandon, schreib ins Buch. Ah, ich hau ab. Er hat ins Buch geschrieben. Ah, ja. Das ist ein Shade. Ja, hab ich doch gesagt. Hattest du ein Knochen gesehen? Nö, ich wollte jetzt die Kamera holen. Wir brauchen noch Knochen und verfluchten Gegenstand. Okay, ich warte hier draußen auf dich. Ja, nein, du kommst schön mit rein. Ja, ich sag ja nur, ich warte auf dich. Geh wir zurück. Hey, die Tür ist zugegangen. Warst du das? Nee. Nein, ich war das nicht. Ich war das. Du hast gerade doch gesagt. Ich habe gerade gar nichts gesagt. Doch, ich war das. Hä, es hat eben ohne. Ich habe fast vergessen, Push the Talk loszulassen. Ich war das nicht. Es hat eben gerade jemand doch gesagt. Ja, ich habe nicht doch gesagt. Ja, wer war denn das? Dann verarsch mich doch nicht. Hä, hättest du doch gehört, wenn ich das gewesen wäre. Ja, du hast doch... Das krieg ich noch verkauft. Ja. Was? Nein, ehrlich. Ich war das nicht. Nee, verarsch mich doch nicht. Mach ich doch nicht. Los, komm. Wir gehen rein. Doch. Mach du wohl. Kein Spiegel. Der hätte ich fast vergessen, Push the Talk loszulassen. Teilweise habe ich es vergessen. Ärgerlich. Oder was heißt Push the Talk? Eine Push the Talk-Taste. Ein Knochen oder ein verfluchter Gegenstand. Hm. Wo könnte hier ein verfluchter Gegenstand sein? Ich wette, die feige Ratte ist draußen und ich sterbe deswegen. Weil ich nichts zum Opfern habe. Kamera anschweinen. Hast du schon irgendwas gefunden? Was ist mit Opferbereitschaft? Machst du doch gerade... Nee, ich habe noch gar nichts gefunden. Tatsächlich. Ich habe... Bin ich blind? Oder in den ersten Zimmern. Irgendwo ging die Tür auf. Vielleicht beim Kinderzimmer oder Badezimmer, dass da der Knochen oder so ist. Keine Ahnung, wo bist du denn? Äh, jetzt im Essraum. Ich wollte Speisekammer sagen. Ich bin in der Speisekammer. Vielleicht in den Schränken. Das habe ich auch schon mal gehabt, dass im Schrank was drinne lag. Ja, da passiert nichts. Nein, bei IMF ist nichts. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Geh weg. Nein, du gehst rein. Lass mich hier raus. Beim IMF passiert nichts. Ja, ist doch nichts passiert. Interaktion. Haben wir beide. Warum zählen meine Bilder immer nicht? Ich habe einen Geist. Drei Sterne. Wo ist der denn in den Schränken oder was? Das sieht man doch da. Warum zählen meine Bilder eigentlich immer nicht? Hä? Was meinst du, wir zählen nicht? Oder ist das... Ja, hier Interaktion und so. Ja, du hast doch einen Stern. Das war das, ne? Ne, warte. Ich habe vier Fotos gemacht. Ja, siehst du. Hä? Oh, ich habe dich gedrückt. Ja, das ist clever. Geh nochmal rein. Ja, was heißt hier clever? Eigentlich dachte ich, ich habe hier gedrückt. Ich hole mal die andere Kamera. Wir brauchen noch den Knochen und den mystischen Gegenstand. Ich weiß... Ah, ich weiß aber nicht, wo der... Ich habe den tatsächlich auch noch nicht gesehen. Jetzt haben sie ihn rausgenommen. Ich suche voll umsonst. Ich kann wundern, dass er mich killen will. Wie viel Sanity habe ich noch? Ach, du stehst gut da. 40 Prozent. Ne, bei dir ist alles Tutti. Komm rein. Hallo? Du hast immerhin noch 40 Prozent. 40? Das ist doch nicht viel. Doch, das ist voll in Ordnung. Was ist das hier? So ein Buch. Wow. Wow. Das ist ja der Burner. Ich weiß nicht, wo hier irgendwas sein kann in diesem Haus. Kommst du mal mit rein? Oh Gott, hör auf zu reden. Ich habe mich mega erschrocken, weil du geredet hast. Ach, hier sind die Tarotkarten. Okay, jetzt bist du dran. Such den Knochen. Ich komme schon. Ich habe die Karten gefunden. Nein, der macht mich kalt. Nein, macht der nicht. Der ist ganz cool. Ja. Kill. Hand. Kill. Töte sie. Töte sie. Okay, das Kreuz ist aber noch nicht verbrannt. Hast du einen Knochen? Nein, noch nicht mal im Keller lag einer. Siehst du, aber du hast überlebt. Ja. Du solltest in den Schränken gucken. Der IMF ging schon los. Also bist du jetzt dran, ne? Ja, dann lass es zusammen reingehen. Wir spielen jetzt russisch Roulette. Jeder geht einmal einen Raum absuchen. Okay, dann gehe ich hier vorne ins Badezimmer. Nein. Zu spät. Töte ihn. Kill ihn. Hand. Bist du doof, du Anti-Mate? Du hättest mich umbringen können. Du warst außerdem in dem Raum schon? Ne, das war gemeint, dass du Töte ihn gerufen hast. Hä, was hast denn du vorhin gesagt? Hä, was habe ich vorhin gesagt? Erröte sie im Keller war, du Stricher. Da habe ich doch gehört, ey. Erröte sie, habe ich gesagt. Ja. Und Schmand. Schmand habe ich auch ein paar Mal gerufen. Ja, ja, Schmand. Ja, ich hatte Lust auf Soße. Du hast Schmand im Kopf. Los, geh rein, jetzt. Geh jetzt einen richtigen Raum absuchen. Das Badezimmer ist ein richtiger Raum, Alter. Geh jetzt rein. Okay, wir gehen zusammen. Nein. Okay, wir machen Schere, Stein, Papier. Okay. Schere. Das Radio geht an. Ja, Schere. Stein. Stein. Du hast Papier. Ich habe einen Bagger. Ne, du hast Papier, ich sehe das doch. Ne, warte, Stein verkackt gegen Papier. Du hast eine Schere. Hallo. Hallo. Erfalt, ne? Oh, der IMF und die Tür ging auf. Nein. Doch. Ich höre mich doch nicht. Dann mach zumindest das Radio aus. Ah, da ging die Tür auf. Hä, nein. Doch. Ich habe das gehört. Ich war drin, ich habe das gehört. Geh doch gucken. Nein, mach mal Radio aus. Ne, geh doch selber, Alter. Mensch, jetzt sei nicht so ein Feigling. Geh einfach rein. Nein, geh selber. Hallo. Uhu. Brennen. Jetzt bist du. Ich war drin. Brennen. Du bist ein Schwein. Oh, das war ich jetzt nicht. Ich war das aus Versehen. Du bist ein Schwein. Du bist dran, reinzugehen. Nein. Ich war im Keller, Junge. Okay. Okay, 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 okay. Du gehst jetzt in die Küche und danach gehe ich in die Garage. Das überlebe ich nicht. Doch. Ich muss erst mal Sanity-Pill nehmen. Ich meine, das Kreuz lebt ja noch. Ist der Knochen mir so wichtig? Nein. Sind eh schon wieder viel zu lange auf Mission. So, gehen wir jetzt rein, oder nicht? Ich war eben schon im Keller. Ja, okay, okay. Ja. Girl. Los, jetzt gehst du als Erster. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Taschenlampe an, Mann. Ich wundere mich krass. Wieso? Hä? Warum war das jetzt so dunkel? Hä? Das geht doch... Aha. Meine Taschen haben wir nicht an. Ich habe ein Bild aus der See gemacht. Mach deine Tür das auch gerade? Was? Okay. Was denn? Nix. Geh rein. Jetzt geh doch mal rein. Geh doch selber. Nein, die bleibt jetzt auf. Brandon! Brandon! Töte sie! Komm schon, Brandon! Töte sie hier draußen! Komm raus! Ich fahre jetzt ohne dich. Geht das überhaupt? Ich fahre jetzt. Geht das überhaupt? Ja, ich fahre jetzt. Tschüss. Tschüss. Kannst du ja hier übernachten. Ich hole dich morgen ab. Oh! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich kann nicht ohne dich fahren. Ja, Pfeife auf dem Knochen. Wir sind schon wieder ewig lange hier. Ja. Okay. Hast du eingetragen? Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Das war easy. Und gar keine Angst. Shade. Muschi. Aber, oh Gott. Bitte nicht so rumschreien. Ich hab dich auf laut. Das ist doch dein Problem. So ein Spacko. Ja, aber Knochenbeweis scheint es ja zu geben. Dann muss das wirklich in der Schränke sein. Finden wir beim nächsten Mal heraus. Bei einer neuen Geisterstunde. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns das Video gefallen hat.